So, ich grüße euch zu einem kleinen Event-Ankündigungsvideo. Ja, wir haben nämlich in den letzten Tagen die ganzen Lucky Mini-Spiele so ein bisschen vernachlässigt und diesbezüglich haben wir selbstverständlich ziemlich viele Kommentare erhalten, ob wir nicht mal wieder was in der Richtung spielen können. Und ja, ich habe mir ein ganz, ganz tolles Format überlegt. Und zwar werden wir ab nächster Woche, ab Montag schon Lucky Olympics spielen. Wir haben nämlich ziemlich viele Lucky Mini-Spiele entwickelt. Lucky TNT, Lucky Pandoras Box, Lucky Unlucky Block und so weiter und so weiter. Und ich dachte mir, dass wir diesen ganzen Mini-Spiele mal in einen Wettbewerb packen können. Das heißt, wir werden täglich ein Lucky Mini-Spiel spielen und am Sonntag kommt ein großes Finale, Lucky Race und wir können quasi in den vorherigen Disziplinen Punkte sammeln und dort einen Vorteil ergattern. Doch bevor ich darauf näher eingehe, ganz wichtig, das sind alles zusätzliche Videos, die ab nächster Woche um 13 Uhr dann täglich kommen. Das heißt, andere Projekte bleiben unberührt. Das heißt, es wird einfach nur nächste Woche sehr, 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 sehr viele Video-Uploads geben und ich hoffe, dass dann für jeden was dabei ist. Wir fangen dann direkt am Montag um 13 Uhr, also wie gesagt täglich an, am Montag 13 Uhr dann Random TNT, wir werden Lucky TNT spielen, am Dienstag werden wir die verrückten Pandora Boxes öffnen, am Mittwoch ein ganz neues Lucky Mini-Spiel, welches ich mir überlegt habe, Lucky Ors, da könnt ihr auch sehr gespannt sein, am Donnerstag haben wir dann 15 Lucky Block Add-ons bei Lucky Unlucky Block, am Freitag dann endlich mal wieder Lucky Staircase, Samstag ist dann Ruhetag, das sind einfach nur die ganz normalen Uploads und am Sonntag das Großfinale Lucky Race und wir können uns in den vorherigen Disziplinen vor diesem Lucky Race, das heißt in den fünf vorherigen Mini-Spielen, können wir quasi Punkte sammeln und demnach einen Vorsprung in diesem Finale ergattern. Täglich um 13 Uhr wird es demnach ein Lucky Mini-Spiel geben, denn wir haben auch aktuell das Problem, wenn wir mit Lucky TNT anfangen, dann brüllen einige nach Lucky Pandoras Box, wenn wir mit Lucky Pandoras Box irgendwas machen sollten, dann schreien einige nach Lucky Unlucky Block und so weiter und so weiter und da dachten wir, wir könnten eigentlich mal alle zusammenpacken. Natürlich ist mein Kollege wieder dabei, ich werde gegen meinen Kollegen antreten und es wird sicherlich richtig, richtig spannend und ich hoffe, dass ihr ebenfalls mit dabei seid und mir demnach die Daumen drückt. Ja, wer wird wohl der Lucky Meister? Ich bin gespannt und ja, ab Montag geht es dann los täglich 13 Uhr und zusätzliche Videos, viele Uploads und ja, wird lustig und ich hoffe, dass ihr demnach heute noch einen schönen Tag habt und dass wir uns dann spätestens am Montag wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao!